Seit 1976 bin ich im Erziehungsverein. Nach einer Bankausbildung habe ich 1990 meinen Arbeitsvertrag hier unterschrieben. Ich arbeite gerne hier. Vivimus6uno steht über unserem Unternehmenslogo. Früher war es noch darunter zu finden in einem Halbgrund, wie eine offene Hand, die uns trägt und die uns hält. Das wollen wir gerne an die Menschen weitergeben, die bei uns leben und wohnen. Wir leben aus dem einen. Gott ist es, der uns jeden Tag neuen Kraft schenkt.